Leider sind die Zeiten aber nicht so, sondern sie sind eher herausfordernd und bringen viele Veränderungen mit sich. Deswegen ist es jetzt doch ein deutlich anderes Programm, was am Ende rausgekommen ist. Vor allen Dingen auch problemorientiert. Ich mache gerade so eine Sommerreise. Da sind immer ganz viele Medien mit dabei. Ihr seid im Unterricht hier sozusagen? Ja. Und auch diese Verbindung von Windproduktion und aktueller moderner Industrieproduktion auf ganz engen Raum ist auch etwas, was höchst ungewöhnlich ist. Also insofern muss ich wirklich sagen, ich bereue es nicht, dass wir hier in Steierberg vorbeigekommen sind. Wir sind Teil dieser neuen Generation Landwirtschafts-Initiative aus Niedersachsen. Wir sind ein bisschen anders als hier. Ich habe gesagt, ich bin dabei zu arbeiten. Ich bin dabei zu arbeiten. Ich bin dabei zu arbeiten. Ja, genau. Hallo! Ja, ja! Da blut. Herzlich Willkommen in der neuen Ruhr. Ich habe versprochen, dass wir diesmal eine problemorientierte Reise werden. Ich hoffe, wir haben dieses Versprechen gehalten. Aber die Zeiten sind nun mal so. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass ich dabei gewesen bin. Wir sehen uns. Herzlichen Dank. Tschüss.